Wir haben heute eine etwas ungewöhnliche Mission für euch. Wie ihr sicher schon bemerkt habt, hat unsere Einheit einige der neuen schweren Westland Whirlwind-Kampfflugzeuge erhalten. Ich möchte, dass Tiger Wing mit ein paar Whirlwinds einen Testflug durchführt. Macht euch mit den Maschinen vertraut, findet ihre Schwächen heraus. Ihr müsst sie gut beherrschen, denn wenn die Zeit kommt, den Kampf zum Feind zu bringen, werdet ihr diese Maschinen fliegen. Viel Glück! Richtig, lasst uns sehen, was dieser Whirlwind ausrichten kann, ja? So, was meinst du von hier? Ganz schön wendig für ein schnelles Kampfflugzeug. Ich werde warten, bis wir sehen, wie sie im Gefecht zu antieren ist. Und es hört sich an, als wenn die Frügelung eine Gelegenheit dazu bekommt. Wir haben sich nähernde Feinde entdeckt, mit wahrscheinlichem Ziel Haste enttätigt. Roger Dead, Tiger Wing ist auf Abfangkurs. Fang den Feind über Haste und TEDx Factory ab. Schieße die feindlichen HE-111 Bomber. Du wirst mein nächster Abschuss, Tommy. Ihr könnt uns nicht stoppen, wir sind die Luftwaffe. Guter Abschuss, weiter rum. Haha, ihr Engländer seien so erbärmlich. Haha, ihr Engländer seien so erbärmlich. Verdammter Tomik'an! Guter Abschuss, weiter rum. Hahaha, ihr Engländer seien so erbärmlich. Krass, das ist nicht so erbärmlich. Verdammter Tomik'an! Das sind die letzten von den Bombern. Jetzt ab auf die Kampfflieger. Schieße die feindlichen Bf 109 Kampfflugzeuge ein. Was ist los Tommi? Hast du Angst? Unterabschluss. Weiter so. Saubere Schuss, mein Junge. Ha! Unsere Luftwaffe wird eure kleine Insel zerschmettern. Du fährst mein nächster Abschuss, Tommi. Na gut, ich glaube, das sind die letzten von ihr. Gut. Lass uns mit der Patrouille weitermachen. Patrouille zum nächsten Wegpunkt. Tiger Wind, wir haben feinde nahrower Position auf dem Radar. Könnt ihr sie sehen? Keine Sorge, Basen. Es ist alles klar hier draußen. Sie sollten unsichtbar sein. Etwas südlich. Kann sein, dass sie sich in geringer Höhe verstecken. Lokalisiert die feindlichen Flugzeuge. Die Kette im Glauben ist bis zum Jahr. Der Schlag war immer noch in kalt, aber auch in der Flüge. Der Schicht ist es sehr schön. Aber das ist so schön. Ich glaube, da ist sie überall gekommen. Deswegen bin ich hier dran. Jetzt ist die Karte mit der Flüge. Die Flüge! Die Flüge! Die Flüge. Die Flüge! Die Flüge! Da sind sie! Sieht nach schweren Kampffliegern aus. Ich folge ihnen. Ich schieße die feindlichen Bf 110 schweren Kampffliegern. Saubere Schuss, Mann, Jungen. Ja, tatsächlich. Die Whirlwind ist ein feines Flugzeug. Sicherlich. Aber es ist Zeit für unseren Rückweg. Roger, Dad. Los jetzt. Geh zu RAF Nordwold. Geh zu RAF Nordwold. Landet auf der Flugbiste. Klasse Landung. Geh zu RAF Nordwold. Geh zu RAF Nordwold. Untertitelung des ZDF, 2020